Liebe Freunde von Wildbelt, ich habe etwas wunderschönes mitzuteilen. René Lehner und ich haben gearbeitet wie verrückt und haben neue Sachen herausgebracht. Und zwar der dritte Band vom Stauperli, der Zwergstauperli und das blaue Einhorn. Ein wunderschönes Weihnachtsbüchchen, der Zwergstauperli und das Christkindli und eine Hörzede mit ganz neuen Geschichten. Und alle diese wunderbaren Sachen kommen darüber bei Wildbelt. Viel Spass!